Neue Therapie bei chronisch-myeloischer Leukämie Frage, bei der chronisch-myeloischen Leukämie soll es eine neue medikamentöse Therapie geben, und zwar unter dem Stichwort STI-Studie. Das Medikament soll eine Tablette sein. Was ist das für eine Therapie, und wie sehen die Erfolgsschancen aus? Wie heißt die Tablette exakt? Wo erfährt man etwas über ihre Nebenwirkungen? Antwort, bei der von Ihnen angesprochenen Substanz handelt es sich um einen Tyrosynkinase-Inhibitor. Das Präparat blockiert ein Enzym, Eiweißkatalysator, innerhalb des Zellstoffwechsels. Bei der chronisch-myeloischen Leukämie, CML, ist typischerweise die Aktivität dieses Enzyms erhöht, was durch das neue Medikament blockiert wird. Die Enzymaktivitätserhöhung ist ursächlich an der Entstehung der Krankheit beteiligt. Die Anwendung ist derzeit auf den Blastenschubübergang der chronischen in eine akute Leukämie, beschränkt. Die Erfolge sind sehr vielversprechend, und wahrscheinlich wird sich nach Abschluss der Testung eine Erweiterung in der Anwendung auf andere Stadien der CML ergeben. Insbesondere zeigten sich, bei unseren Patienten, bis dato keine nennenswerten Nebenwirkungen. Die Einnahme erfolgt in Form einer Tablette. Die Substanz ist derzeit nur in Deutschland und nur innerhalb einer klinischen Studie, Testung, erhältlich. Als Kontaktadresse für weitere Informationen kann ich Ihnen das Universitätsklinikum Mannheim, Medizinische Klinik, Hämatologie-Onkologie, Telefonnummer 049 621 383 4123, nennen. Die Bezeichnung der Studie ist STI 571.